Ich möchte dir jetzt die Pilates Atmung näher bringen. Alles was du brauchst ist ein Stuhl oder ein Hocker und ein Handtuch. Du benimmst das Handtuch um deine Rippen. Und fasst vorne ganz locker das Handtuch. Sitzt einfach aufrecht. Jetzt lass einfach die Atmung in dein Handtuch hineinfließen. Du spürst wie sich die Rippen öffnen und zwar nicht nur zur Seite hoffentlich, sondern auch nach hinten und nach vorne. Atme einfach so weiter. Das ist die dreidimensionale Atmung, die wir beim Pilates vor allem forcieren wollen. Breit in die Rippen hinein. Atme zur Seite, nach vorne, nach hinten und ausatmend wieder zusammenbringen. So wird dein Brustkorb oder bleibt dein Brustkorb flexibel und du schiebst jetzt für diese Übung deinen Handtuch ein wenig zusammen, um diese Ausatmung zu verstärken. Mit deiner Ausatmung willst du natürlich sanft deine Rippen zusammenziehen. Keine Gewalt. Und dann leg das Handtuch einfach zur Seite und atme so weiter. Und wenn du jetzt ausatmest, hab das Gefühl deinen Beckenboden zu aktivieren. Mit deiner Ausatmung zieh deine Blase nach oben. Mit deiner Einatmung lass sie wieder los. Mach so weiter und du willst mit deiner Ausatmung deine Sitzbahnhöcker vielleicht ein bisschen zusammenbringen. Und einatmend wieder lösen. Das ist ein Zusammenspiel von Zwerchfell, Beckenboden, tiefen Bauchmuskeln und den tiefen Rückenmuskeln. Das ist ein Zusammenspiel von Zwerchfell. Das ist ein Zusammenspiel von Zwerchfell. Das ist ein Zusammenspiel von Zwerchfell.